hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin natürlich auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel in godness prime chaos deutsch ich dachte das spiel voll mit rein das dauert einen kleinen aufblick da sind wir schon die tüte hallo so und da ist mein alter charakter 103 war ich nicht weiter ich weiß nicht mehr stimmt das kommt ja auch noch ich mache meinen kleinen katja bis gleich okay und es geht einer noch mal an m das ist fertig geladen die pro die pro okay und los geht es wir machen erstmal die xp-quist dann fangen wir jetzt an mit die dailies erst mal alle drei umdrehen fangen wir damit an ok fertig wo habe ich denn übersprungen ich weiß nicht naja was muss ich denn hier machen rummessladen beliebige intimen rummessladen kaufen einmal gehen dahin kaufen einmal nach 5 5 von jenen habe ich 5 öffnen oh ok ein pfader heldentraining sind doch schon alle auf max und solch nie trainieren energie kaufen schatz plündern und und einfordern tru einfordern öffnen energie einfordern Ein Pfeudern, Energie ein Pfeudern, es ist noch zu früh. Was kommt da? Warum kann ich da nicht dran teilnehmen? Hm, geht doch. Automatik an. Ein bisschen warten, ein bisschen kämpfen. Ein bisschen warten. Boah, schon da? Ja, so einfach ist es. Oder kann es sein? Nächste Schwierigkeitsstufe. Ja. 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 zwar nicht, dass ich hier verliere, also ich denke ich schaffe es, aber die Gegner scheinen auch hier ein bisschen stärker zu sein. Oh, der macht auch Schaden, der Boss. Und er pariert. Als mein eingesetzter Held, haben wir schon gemacht als ich. Wie viel brauche ich denn hier noch? Ja. 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 Es ist nur noch zwei Siege fehlen mir, ne? Drei Hand schon, fünf sollte ich haben. Okay. 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 Spass. Perfekt. Jo, Aufgabe fertig. Ein Bossversteck. Ah, ab 14 Uhr. Ab 14 Uhr ist er da. Der auch. Der auch. Monster in der Wildnis töten. Dann machen wir das. Ab 14 Uhr. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich bin fast tot. Hat das gereicht? Jo, es hat gereicht. Ausdauer kaufen. Kaufen, einfordern und eine beliebige Dungeon. Verlief, sind wir angewählt. 95 Ist zu niedrig, zu niedrig. Eintreten. Betreten. Verlief, einfordern und einfordern. Verlief, einfordern. Locker, flockig. Können wir eigentlich einen Kaffee machen? Ich weiß nicht, dass ich einen Kaffee machen kann, dass ich einen Kaffee machen kann. Aber das war allerdings auch die kleinste Dungeon, die ich gemacht habe. Aber war schön. Hat Spaß gemacht. Okay. Einmal Helden-Training durchführen. Ja, das Versteck kann ich nicht machen. Dann musste ich die Quest freikaufen. So, das finde ich doof, dass ich dahinter nicht hinkomme. Das war glaube ich nur, wenn ich VIP bin. Ach, naja. Aber die klingen sind noch fertig ganz schnell. Und danach noch die andere dreimal durchspielen. Und dann schaue ich noch mal kurz nach die roten Punkte. Was ich da alles geschenk kriege. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Musst du noch hier im Boss schnell dreimal durchspielen Und dann habe ich fertig Also mit den Omeinen Was ist das? Dungeon ist das hier nicht Na ja, ist eigentlich schon eine Dungeon, aber Es läuft hier nicht unter Dungeon Na egal Oh, ein kleiner Boss Oh, der macht jetzt schon Charme bei mir Und das auf leicht Dann bin ich ja mal gespannt, wie es gleich bei Mitte wird Und danach auf hart Okay Da sind wir Nächste Schlacht Ah, ich bin zu schwach für die nächste Runde Na dann Dann bin ich Und dann fangen wir jetzt an mit den roten Punkten Da Event Kann ich nicht einfordern Schale Anleitung Hm, super VIP Nach dem Kauf Wenn ich das kaufen kriege Das geschenkt Gut Gibi, das habe ich so geschenkt gekriegt Oh, soll ich tauschen? Soll ich? Okay, ich tausche Kalender Oh, für heute Fünf Puzzleteile Ein Ei Alle drei Schlüpfen Ja, dich haben wir schon Ein Elf In ein Ei Ich glaube, die haben wir noch nicht Oh, schon voll Kann ich aufwerten Da 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 Ach ja, dann machen wir mal hier weiter, Charakter, Erfolge, Taschen, Kombinieren und Helden, aufsteigen, die läuft ja immer mit mir mit, obwohl der glaube ich besser ist. Wow, jetzt ist er auf 45, Michel war das, ja Michel. Schmied verstärken. Automatisch. Fertig. Blühen. Ah, nee. Was ist denn das hier für Crêpes? Ne, gibt's nichts. Aufwerten. Zack. Ich hab kein Geld mehr. Oh, das kann doch nicht sein. Ich bin pleite. Ich bin pleite. Allianz und Badax-Clan. Spenden. Allianzkrieg. Ne. Ah, das war der, der mich kaputt haut. Gut. Ich hab noch fünf neben. Mach Es. lingut, coordinator. Get were. Laccoon-Desert. Die. Te谢 nicht. Jef. Bis bald. Dir ist ein continuity gewesen. Ja. Üst du abolition. Los, in einer Minute noch, kann ich wenigstens ein Leben runter? Ich denke nicht. Mein Schaden, 4,5 Millionen, 4,6 Millionen, 5 Millionen. 5,5 Millionen. 6 Millionen. Das sind 40 Millionen. 7 Millionen. Und noch 10 Sekunden. 8 Millionen. Schaffe ich die 9 Millionen auch noch? Jo, 8 Millionen noch gekriegt. Ach, stärken und das ging nicht. Hier. Mein Charakter, kann ich da mal was machen? Ja, ich habe Gold gekriegt. Ich habe Gold gekriegt. Schmieden, verstärken, automatisch. Zack, Gold weg. 10,600 Gold. Ach nee. Sehr witzig. Ein Schlag mit dem Hammer, Gold weg. Also, geht nicht. Es ist ab 113. Und dann kann ich noch mal einen Kampf machen. Ach, nur einmal am Tag. Gut, dann war es hier halt nur einmal am Tag. Ach. Oh, das mache ich gerne. Münze machen. Ich habe keine. Ach, das mache ich gerne. Ich habe keine. Münze. Aber ich habe 40.000 Gold. Ne. Ach nee. Zwei gegen zwei. Okay. Hier geht leider kein Auto. Hier muss ich alles selber machen. Einmal Stärke holen. Okay. Okay. Und dann sind wir da. Ist der falsche. Ok. Heilung. Schwert. Heilung. Oh, ich bin down. Ähh. Nein, keine Heilung. Schnelltort. Hm, ich glaub das verlieren war. Das verlieren war. Schnelltort. Ich bin fünfmal gestorben. Einen hab ich einmal getötet. Schnelltort. Oh nein, ich hab ein Kropp geholt. Und wieder tot. Und verloren. Ach jo. So läuft es halt, ne? Oder so läuft es nicht. Was leuchtet hier noch? Der hier. Allianz Dungeon. Oh, ich krieg diese Drachenmünzen. 50 Sekunden hab ich noch. Jawohl, fünf. Sechs. Gib mir noch ne Münze. Sieben. Ob ich die noch kriege? Acht. Voll. Ah, die nächste schreibe ich nicht mehr. Lippie, ich habe fünf Münzen. Lippie, ich habe fünf Münzen. Ah, vor allem liegen die übereinander. Da. Oh. Nein. Ach. 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 Das schüppt die da hoch. Es gibt es doch nicht. Einen hab ich noch. Oh, da. Der bewegt sich. Nein. Nein! Warum geht er nicht noch weiter hoch? Los! Fällt einer runter! Mist! Natürlich nicht! Oh, ich darf noch mal gegen den Allianz Trappeln spielen! Oh, schön! Oh, Gott! Ach ja... und da ist die achte Münze die nächste kriegt leider nicht mehr komm dann spielen wir gleich nochmal weiter hier zack, ach da lege ich keine mehr hin oh, was ist das? die muss doch erstmal weg ach, die liegt auf dem Münster drauf sieht mal schon was passiert er schiebt wieder oben rauf hä? geht alles um rauf? geht so jawohl und nochmal jawohl und nochmal schön kommt noch eine, genau da will ich einen hinhaben da, jetzt gleich nochmal eine ich glaube ich muss eine werfen ah, super aber, ja genau, die wollte ich haben noch zwei Münzen was ist das hier? ja ach, geht auch immer rauf das gibt's doch nicht ganz am Rand, da krieg ich auf jeden Fall nochmal eine Gäule dazu ach, hier kommt schon eine Gäule und ach, Nummer zwei ach, das ist doch hier ach, das ist doch hier ach ich bin sprachlos ich muss da hinwerfen am besten ganz am Rand am besten ganz am Rand oh ne, es bleibt ja auch noch stehen ach, jetzt liegt es super und da gleich rutsch da runter na, ich steck nur durch die Kradeln ach, da was kommt denn jetzt nächstes los, kommt schon ich krieg die Truhe nicht mehr ich krieg sie nicht mehr Mist jetzt liegt alles fest ach ein bisschen bewegt er sich noch ach, das dauert Jahre bis es runterfällt warte geht's ach ich bin noch den hier dann mach ich aus ja das ist ja schon hier ach ein vordern, Dankeschön wie viel Geld habe ich denn jetzt eigentlich ich kann wieder spiele ich habe zwei Millionen oh nein, ich habe noch tausend hm geht nix geht nix geht nix geht nix okay ach ich würde hier gerne noch weiterspielen aber ich muss gleich noch arbeiten auspeitschen ich kann nicht immer was das war ich muss nicht ich weiß nicht wenn ich ausfälle wie oft darf ich denn spielen? was haben wir noch hier? tut 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 du einfordern einfordern Herausforderung? Was soll ich hier machen? Es gibt nichts automatisch, muss alles selber machen. Da ist wirklich ein Ausgang, oder? Ja, ich werde mit den Schrauben schrauben. Ich werde dich in die Flurge schrauben. Ich werde dich in den Schrauben schrauben. Ok. schlüssel wo ist in der schlüssel das weiß ich was das ist da muss ich gleich schnell zurücklaufen wenn ich den Schlüssel habe bevor die Zeit abgelaufen ist ich war nicht wahr ich war da ist der Schlüssel 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 meine Unterstützung ist schon Aber besiegt, ich wurde besiegt, ich wurde besiegt, ich bin zu traurig, dann haben wir noch, was haben wir noch hier, nur noch den Allianz-Kampf haben wir. Und den kann ich nicht machen, der ist ab 113, warum steht da bei mir, dass ich das machen kann. Verlies, klar, da kann ich nur hier die ganzen Dinge machen, Versuche. Aber nein, machen wir nicht. Ganz rum noch eine von 10 bis, ist ja noch gar nicht 10, 10 muss hier arbeiten. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute, dann mal das Spiel verlassen und eine Minute Ticket abholen, dann sage ich. Dankeschön für's Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn du am nächsten Mal wieder beiseite. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Ciao.